Wie soll er nie gewinnen? Er kennt nicht mal Miquel Merino. Ja, das ist so ein Witz. Ja, das ist wirklich ein Witz. Ja, wir fangen an. Ja, weniger. Safe. Okay. Ich mein neun... Wir hatten das gestern. Ja, neun 70. Selbst du siehst es nicht merken kannst du. Ein süßes Bild aber auch von ihm. Ja, die Totzka. Digga, wer ist das denn nochmal? Ich sag nix. Also, für mein Gefühl würde ich niedriger sagen. Ja. Super, zwei Punkte. Fingern Flossen weg. Ey, das seht nicht. Was seht nicht? Ich hab kein Flossen weg. Ich hab kein Flossen weg. Seht nicht. Flossen weg. Ey, was kriegen wir auch von Scheiß? Guck mal, die kriegen denselben wieder, Alter. Das ist doch nicht da. Der Klo, das ist doch gleich neun. Fresse, ey. Semedo. Zwei. Ja! Ja, klar, klar. Jihihi.